Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornil, wir sind zurück bei Super Mario 3D World und... Nein! Oh! Scheiße, ich hab ja den Boomerang! Aber egal, ich hab's trotzdem geschafft. Scheiße! Ich hab gerade so... Ich gucke und seh so, scheiße, ich kann ja gar nicht die Wirbelattacke machen, nein! Und ja, ähm, ist nicht so schlimm. Wirbelattacke brauch ich nämlich nicht, ich bin auch so gut genug! Hm, ich hatte zwar einige Fails und so drin, aber ansonsten kommen wir doch eigentlich ganz gut durch die Blumenwelt durch, oder? Also, ich mein... Ja, ist nicht alles Gold, was glänzt, aber... Ne, ich wollte das mit Rosalina machen, ne? Ich hab das ja sowieso mit jemand anderem abgeschlossen, das bedeutet, ich muss ja sowieso mit 15 Charakteren das machen. Oder liegt es vielleicht... Ey, woran liegt es denn, ob die hoch oder runter gehen? Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das... Einfach nicht! Nein! Und das ist so nervig, das ist einfach so nervig. Ah, ist egal. So, wir wollen einfach nur die goldene Fahne holen. Und das ist alles, was uns interessiert. Stirb! Einfach nur, weil du nervst. Wie... Ohne Spaß, wie soll man das denn... Wie soll man denn da drüber kommen mit nem Boomerang? So, ja, ich hätte Weitsprünge machen können oder so. Keine Ahnung, aber... Ach, weiß ich nicht. Keine Peilung. So, die Katze, bitte. Katze, bitte. Die Katze, bitte. Nicht die Katzenberger. Denn jeder Katzenberger, hört man von der eigentlich noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich gucke ja kein Fernsehen mehr. Wuhu! Das war so klar. Dieser Feuerbruder ist wirklich gut platziert. Das muss man dann auch einfach mal so... ...dem Ganzen irgendwie... ...ja, eingestehen. Hätte ich auch einfach einen Weitsprung machen können. Ähm, dann jeder Katzenberger. Von der hört man auch nicht so, ne? Also ich gucke ja kein Fernsehen mehr. Wenn, dann lese ich mal die Bild online. Weil... Das heißt, ich lese die Bild online nicht. Ey, immer wenn ich das sage, gibt es irgendwelche Leute, die mich voll... Nö, wie kannst du so ein Hitlerblatt lesen und so, bla? Also im Grunde ist es mir... Ja, ich will nicht sagen scheißegal, aber... Im Grunde ist es mir scheißegal. Also ich wusste, dass das passiert. Ich muss auf jeden Fall mit, äh, als große Rosalina da ankommen. Ähm, ähm... Ja, nur ich, ähm... Nein! Boah! Ich, äh, gehe mal auf Bild.de, weil ich da die, äh, Fußball-News lesen will. Oder was heißt lesen will? Wenn ich in der Bundesliga ist und ich gucke, dann schaue ich da, äh... Ähm, die Ergebnisse nach. Oder ich gucke halt, was so geschrieben wird. Einfach nur, weil ich Lust habe, das zu lesen und das mitzukriegen. Ja, das ist, äh, beim Fußball sowieso immer ganz viel Tratspresse. Von daher ist es scheißegal, wo du das liest. Das ist, äh... Im Grunde ist es kackegal. Und, ähm... Ja, dann sieht man ja immer die, ne, auf der Startseite die Haupt, äh, die, ja, die Startseite. Hat eine Startseite an sich, ähm, dass sie eine Startseite ist. Und da ist einfach keine Danina Katzenberger mehr, oder? Also die ist schon ewig... Hat die noch ihre, äh, Sendung? Ist die noch irgendwie aktuell? Oder ist es eher so... Okay. Ich hab das doch mit Rosalina gemacht. Ach so. Ich dachte, ich hätte das mit einem anderen Charakter gemacht. Naja, ist egal. Jetzt haben wir die Goldfahnen. Das ist alles, was zählt. Alles, was zählt. Unter uns gesagt ist, das ist alles, was zählt, ne? Mal hast du gute Zeiten, mal hast du schlechte Zeiten. Naja. Mehr fällt mir grad nicht ein. Verbotene Liebe und so, aber... Wie soll man die unterbringen? Ach, krass. Gut. Ähm, Bosse im fliegenden Wechsel. Boah, meine Stimme ist gerade so ein bisschen... Ich muss mich mal räuspern. Meine Stimme war... Ja, jetzt... Oh. Ja, jetzt geht so einigermaßen... Boah, ne, meine Stimme, was ist denn da los? Sind die Bosse denn jetzt nochmal schwieriger? Oder sind die, äh, einfach die gleichen? Wir sind halt klein. Das ist ein bisschen doof. Ja, oh, das war knapp. Der wollte grad schon wieder hoch. Aber so wie das ausschaut, ist er relativ simpel noch. Ja, das ist schon Treffer Nummer zwei. Kommt jetzt Treffer Nummer drei. Oh, ja, nicht reinlaufen so dumm. Das wäre natürlich... Äh, nicht von Vorteil. Ähm, so. Und jetzt. Bäm. Das war so schwierig. Hilfe, dieser Boss ist so hart. So strong. Scheiße, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich muss gleich ganz kurz, äh, euch mal hier... Ich muss gleich ganz kurz auf Pause machen. Denn ich muss etwas, äh, ich muss gleich ganz kurz was nachgucken. Aber ist nicht so schlimm. Das machen wir einfach. Ähm, kriege ich hier denn... Boah, zwei? Oh, wie süß. Ein Ehepaar. Liebes Paar, küsst euch mal. Liebes Paar, küsst euch mal. Könnte ich vielleicht hier ein Item haben. Das ist wirklich ein Item. Aber da komme ich nicht hoch. Wie soll ich denn an das Item drankommen? Kann mir das irgendeiner erklären? Hier kommt nochmal ein Stückchen runter. Komm mal runter von deinem... Ja, danke. Komm mal runter von deinem hohen Ross. So, jetzt können wir die auch besiegen. Mensch. Gibt's doch nicht. Ich glaube, das ist, äh... Doch, das ist einer mit dem Teller. Woooo! Stammattacke! Ja. Oh, habe ich... Ah, ich treffe... Treffe ich beide gleichzeitig? Hat der Mann gerade auch geheult? Ich glaube schon. Weil sonst würde er jetzt nicht das Feuer machen. Okay. Hm. Ich will die Katzen locker haben. Und... Bäm! Aber die Katze ist schon ein cooles Power-Up. Äh, eine Frage, die sich natürlich stellt, ist, sehen wir die Katze nochmal wieder irgendwann, ne? Und was kommt als nächstes? Das sind so Fragen, die man sich schon mal stellen könnte. Ach, ich kann die beide gleichzeitig treffen. Bin ich dumm? Das, äh, ist mir ja gar nicht so richtig bewusst geworden vorhin. Naja. Äh, ja, die Katze, ne? Der Tanuki hat ja auch seine Revival bekommen und so. Ähm, und es gibt ja auch viele Items, die man so dann halt irgendwo wieder sieht. Vielleicht auch... Ah, die ist tot. Okay. Vielleicht auch in Mario Kart 8. Die Katzen-Glocke. Oh, ich wüsste halt nicht, was das für einen Sinn macht. Eine Katzen-Glocke in Mario Kart 8. Also, was die genau machen soll. Die kann ja nicht das Kart so einem... Die kann ja nicht das Kart... Scheiße, hab ich gerade vergessen, den grünen Stern einzusammeln? Nee, oder? Nein. Doch! Nein. Hier sind ja noch... Hier sind ja noch drei Stück. Vielleicht ist der grüne Stern woanders. Hm. So, bevor wir jetzt weitergehen. Ganz kurz. Für, für, für... Ne? Für die Quote. Nee. Hm. Nöp. Ähm, was hab ich jetzt gerade gesagt? Die Katzen-Glocke. Komm die doch mal wieder. Das ist... Oh, ich finde die eigentlich relativ cool. Die Katzen-Glocke in einem 2D-Jumpen ran. Ist es möglich? Das ist eine gute Frage. So. Wunderbar. Es geht sofort weiter. Uhuh. Weiter im Text. Weiter im Text. Weiter im Text. Was ist denn das für ein Boss? Ach, sie. Hast du den ersten Stern? Ich hoffe. Hoffentlich hab ich den jetzt nicht verpasst, ey. Wie nervig das wäre, oder? Wenn ich jetzt den ganzen Boss... Hab ich keinen... Warum hab ich keine Katzen-Glocke im Inventar? Ich hab doch eine... Eingesammelt. Bin ich dumm, Alter. Warum spring ich hier ins Gesicht? Ich weiß es nicht. Kann ich die eigentlich auch mit einer Wirbel-Attacke treffen? Ja, Tatsache. Boah, Rosalina ist so geil. Ich liebe sie. Scheiße. Ich hab den ersten Stern vergessen. Ne, wirklich? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Vielleicht sind die beiden Sterne ja auch noch hier drin. Auch wenn mir der Sinn nicht wirklich, ähm... Ja. Sich erschließen würde. Entspann dich mal. Schrei mich nicht so an. Hm. Ja, Junge. Ich brauch deine Blöcke. Wenn du die direkt überrollst... Was soll ich denn da machen? Gib mal neue. Ja, danke. Wollte gerade wieder mit dir fliegen, als wäre sie Peach. Wow, Hilfe! Wuhuuhu! Okay. Ich bin klein. Das ist nicht so gut. Wenn ich sterben würde, wäre das natürlich gut. Weil dann könnte ich den ersten Stern nochmal suchen. Aber wenn ich jetzt nicht mehr sterbe, dann... Oh, ich hab keine Lust, das nochmal zu machen im Part. Hab ich den wirklich wieder übersehen? Bin ich so dumm? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Dass ich so dumm bin... Niemals Ich meine, ne, ihr wisst alle, mit wem ihr hier redet Gut, dann sind wir gestorben Oh nein, oh nein, oh nein Ich gehe jetzt auch zuerst zu dem Ehepaar hier Vielleicht können wir das ein bisschen schneller töten Hm, kommt da noch ein Bowser-Fight am Ende? Ach, das war gar nicht das Ehepaar Ich bin so dumm Hä? Habe ich das Ehepaar als erstes gemacht? Nee Oh nein, die hat mir das mitten ins Gesicht geworfen Irgendwie habe ich sie Irgendwie habe ich sie gerade ein bisschen unterschätzt So Wunderbar Down Welchen Boss habe ich denn gerade? Das Ehepaar war der erste Boss Oder der zweite, den ich gemacht habe? Muss ja dann der zweite, der erste gewesen sein Nee, er war der erste Genau Wo kam... Hä? Jetzt bin ich durcheinander Gut Da ist das Ehepaar wahrscheinlich da in der Mitte Düm 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 Wow Nein Äh, warum? Hä? Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung Ja, dann komm mal ran da Und töte ihn Wuhu Nicht runterspringen Das wäre schon von Vorteil So Orientiert er sich nach mir tatsächlich? Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, müsste er sofort wieder... Nein, auch jetzt... Okay Und jetzt müsste er sich wieder Und drauf Ja, der ist wirklich einfach Hier müsste aber jetzt der erste grüne Stern kommen Ne Also bei aller Liebe, aber hier ist kein grüner Stern Vielleicht ist es dann auch hier rechts, das ist das erste Aber ich will ja jetzt erstmal einen Katzenanzug Ja Dankeschön Gib mir... Ja, Trigger doch bitte Ich möchte gerne einen Katzenanzug, damit ich ein bisschen geschützt bin Und ich möchte gerne wissen, warum ich keinen Katzenanzug in der Reserve hatte Hm... Wenn wir jetzt hier sterben würden, wäre ich sehr traurig Da ist ne Katze... Oh nein, jetzt bin ich hier gestorben Ich finde das Level richtig kacke, ey Wirklich, ich finde es richtig kacke Oh Die Bosse sind alle... Ich finde die Bosse... Ja... Langweilig Ich meine, ich habe die doch schon mal besiegt Oh Das ist ein bisschen nervig, finde ich Das war... Ja, ich weiß nicht Vielleicht ist es ja auch eine ganz coole Idee, aber Aber... Aber... Aber ich weiß nicht Ich weiß es nicht Kann ich nicht einfach... Kann ich vielleicht? Ne, ich kann mit Rosalina nicht einfach da drauf springen Okay Das hat nicht funktioniert Warum? Warum geht es hier jetzt... Willst du mich verarschen? Wie nervig Wie nervig einfach Ja... Ich heule auch gleich mal Ja, keine Ahnung Die Bosse... Gut, wir haben jetzt hier halt zwei von denen Aber ist jetzt nicht so die... Allerklasseste Neuerung Die man so einführen kann Und es ist einfach Ja, ein Stück weit Langweilig Weil wir kennen die Bosse Dann sollen sie doch lieber neue Bosse machen Oder... Was weiß ich Jetzt bin ich... Guck mal Ich bin schon wieder klein Warum? Warum bin ich wieder klein? Kann mir hier noch einer eine Glocke geben? Ich hätte gerne eine Glocke Spring auf die drauf Warum geht die denn dann einfach weg? Ich bin gerade ein bisschen genervt Ob ich das so sagen darf Boah, wenn die mir jetzt die Katze weggenommen hätte Ich wäre ausgerastet Und hätte ihr... Mit anlaufende Schelle von... Warum lebst du noch? Mit anlaufende Schelle von rechts, ey Man schlägt keine Frauen Aber das Ding da Ist ja auch keine Frau, oder? Da war nochmal eine Glocke Ich wollte die Glocke haben Na egal So, hier gibt es einen grünen Stern Warum ist es denn der zweite? Kann mir das irgendeiner erklären? Nee Man muss die Münzen direkt einsammeln Ach, leck mich doch am Arsch Nö 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 Ich dachte, man kann die da einfach sammeln Und dann alle zusammen einsammeln So richtig cool Ach, leck mich doch am Arsch, ey Wisst ihr was? Wow, er ist unsichtbar Krasser Typ Das fand ich gerade ein bisschen cool Oh, wow, wow Hm Ne, das mach ich offscreen nochmal Glaub ich Ich zeig jetzt hier alle Bosse Und dann mach ich das Level offscreen Mal ganz im Ernst Ich lass mich doch hier nicht verarschen Ne, da hab ich auch keinen Bock drauf Das ist einfach nur nervig, ey Oh, ja, ich sammel die Münze ein Damit das nicht wieder despaunt Jetzt haben wir auch alle Bosse schon gesehen Jetzt besiege ich den hier noch Ich glaub, den hab ich nicht besiegt, ne Hier bin ich kaputt gegangen Game over Das Spiel ist aus Game over Oh nein, jetzt nicht wieder verkacken Nein, nein Oh, das ist so langweilig Ich finde das so langweilig Wirklich Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging Aber das ist doch wirklich Was hat das jetzt mit Nach so einem langen Spiel Das ist wirklich lang Und das Spiel ist wirklich gut Aber warum denn dann Nach so einem langen Spiel Warum denn so was Wiederholendes Dann Keine Ahnung Dann lasst du es weg Oh nein, Alter Ich will gar nicht so krass darüber urteilen Wirklich Ich hasse das ja eigentlich Wenn man das macht Aber Das ist so Warum macht er das jetzt? Das ist so nervig Warum hat er sich jetzt wieder gedreht? Wann hätte ich ihn denn Bewerfen sollen? Hallo, ich brauche deine Kollegen Ich nehm dich Ja, gewonnen Yeah Gibt es hier einen Stern? Ja, es ist der erste Ja, Tatsache Tatsache Das Problem ist Bei den anderen kriege ich kein Power Up mehr Ich bin jetzt für immer klein Für immer klein Für immer klein Ich bin klein Oh, so klein Hm Das war der Boss Und das war Was war denn jetzt nochmal der andere Boss? Ich vergesse die Bosse auch immer wieder Weiß ich nicht mehr Was war denn der andere noch für ein Boss? War das hier Bumbina? Heißt die so? Keine Ahnung Was weiß ich gar nicht Nein Warum falle ich schon wieder darauf rein? Weiß ich auch nicht Warum ist das so? Das war doch sonst am Anfang nie so Das war doch am Anfang sonst immer so Dass er Ja, danke Mach's mir doch noch einfacher Hm Ah, spring drauf Damit habe ich jetzt wieder nicht gerechnet Das ist auch Achso Ist auch dumm Nur die Ecken fallen abweiste Dieser Boss ist so nichtssagend, oder? Sehe nur ich das so Der ist so Ohne jegliche Herausforderung Ohne jegliche Ja, so ohne alles Der ist einfach nur langweilig Der ist einfach nur Einfach nur langweilig Ja, und jetzt kommt Bumbabina Die tötet mich Ich sehe es schon kommen, ey Scheiße Nein, 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 nein Boah Ich habe keine Zeit mehr WTF Ich hasse dieses Level Ich hasse dieses Level Und jetzt komplett Ich sehe das Alright, meine ich Ich sehe das Was an